Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony und heute werden wir die letzten Vorbereitungen für die zweite Mission treffen, nämlich dass wir Treibstofftanks an unsere MS Colony anbauen. Das hier sind die kleinen Treibstofftanks, die haben hier 20 Tonnen plus 15 Tonnen, also 35 Tonnen genau. Das sind die 35 Tonnen Treibstofftanks. Wir haben oben also auf der Station schon zwei große Treibstofftanks und die werden wir einfach dort lassen. Die sind auch bis oben hin gefüllt, also werde ich daran nichts ändern. Stattdessen packen wir einfach vier weitere kleine Treibstofftanks ran und das heißt ich werde diese Rakete hier zweimal starten und eben dort andocken und dann wieder landen und dann haben wir quasi die Vorbereitung fertig und dann ja in der nächsten Folge werden wir dann die zweite Mission durchführen. Genau genug geplappert, geplaudert, gesund war's. Los geht's! Cuid Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!